Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir spielen New Super Mario Bros Wii. Ein tolles Wii Spiel. Ich hoffe, Part 3 hat euch gut gefallen. Wie ihr da oben seht, haben wir 99 Leben. Eine maximale Anzahl. Wie ist das möglich? Schaut auf Part 3 an. Was ist denn da oben? Was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, er schließt die Türen. Oh, hat der das gesehen? Aha. And that's boring. Das kam nicht. Außerdem, ich hab's mal... Habt ihr's vorhin gesehen? Habt ihr's gesehen? Aha. Ich wundere mich ehrlich gesagt, wo ist die zweite Saga? Ja. Heutzutage kann man jetzt nur noch über dieses Thema reden. Covid-19. Zwar, ja, der Coronavirus, der verbreitet sich ja eben, also, wir müssen ja machen, dass der Coronavirus stoppt, sich zu verbreiten. Weil Coronavirus ist jetzt so schlimm, jetzt gerade. 100.000 Storbene in den USA. Haben meine Eltern so gerade so in den Radio oder so gehört. Keine Ahnung, woher diese große Zahl stand. 100.000 Infizierte. Das ist doch so krank. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass es ja sehr viel ist. Aber 100.000? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, ja, dieses Video wurde hochgeladen. Nicht vom Lenovo PC. Ich hab's mit dem Habiteral versucht. Keine Ahnung, aber der hat glaub'n mir nicht richtig. Ich hab's nämlich so low wie möglich gemacht. Und ja. Vielleicht habt ihr auch schon mal mein Video über Zitronenkuchen backen gesehen. Wenn nicht, schaut's euch an. Ich meine, es ist doch nur ein Tutorial, wie man Zitronenkuchen backt. Und außerdem, wenn ihr denkt, ihr könnt Kuchen backen, dann überlasse ich's euch. Und wenn ihr denkt, na, ich kann nicht so Zitronenkuchen backen, so wie ich in dem Video. Dann könntest du gerne mal, also, diesen Zitronenkuchen backen, dann könntest du gerne mal anschauen. Ähm, falls es noch nicht weh ist, also die wenigsten auf diesem Kanal oder so. Nein, wir gehen nicht um. Also, ich habe er endlich TikTok. Oh, du Makufa. Ich verdiene jetzt um. So, wir müssen hier zu's Item. Ja, dass ich hier die Items sammle, also, hab den Propeller verloren. Ich will den Propeller wieder. Und nicht so schnell wie möglich ins Ziel ohne Hit. Vielleicht habt ihr ja schon Part 3 gesehen, oder nicht? Ähm, ich versuch mal ab und zu mit der Facecam zu filmen. Dieses Video wurde ohne Facecam gefilmt. Aber der nächste Part, der wird mit Facecam gefilmt. Oh, und, falls, ich bin mir nicht sicher, aber ich lade so ein Clash Royale Video hoch. Falls ihr das gesehen habt, fragt euch, wie kann ich nämlich die Facecam daneben dran machen? Ich hab das mal schon so am Screen. Also, ich hab da so eine Idee, und zwar, zum Beispiel bei der Playstation 4. Habe ich nämlich, äh, Share gedrückt, um Video zu filmen, oder? Das macht, das macht man doch so. So, dann, hab ich mein Smartphone genommen und hab dann eben damit gefilmt. Oh, come on. Ah, hier ist gleich noch ein Cooper. Lakitu. Was ist Lakitu eigentlich? Willkommen in der Nintendo-Welt. Äh, guck, Lakitu, ich hab das schmeißen. Versuch. Mh. Dieses Item brauche ich eben nachher pro... Na, warte, ich will damit die dritte Star-Koll. So, Lakitu bewegt sich eben so beschissen. Das hat Nintendo eigentlich... Genau, seht ihr? Ihr wollt euch bewegen, der bewegt in die selbe Richtung, wo... Wo... Wo ihr euch... Wo ihr euch bewegt. Da oben war sie. Da oben war sie. So, ich hab mir die Lakitu-Wolke geholt. Und ich hoffe, wir kommen so schnell wie möglich an die dritte heran. Ja, komm, ja. Sogar. Dann ist nur noch hier durch. Lakitu hier brauchen wir es nicht. Und die Wolke brauchen wir es nicht. Weil die zweite findet sich hier. Zwar muss man sich... Klau... Nein! Einmal heppen lassen. Ich stell mir vor, ich könnte das ohne Treffer machen. Aber... Ich wär dann zu doof und verirrt. Zum Glück gehen die... Kupan, Kupan, Kupan! Nein! Soll ich das wieder machen? Egal. So, ähm... Ich glaub, euch ist schon klar. Wir haben das Level fertig gemacht. Und... Wir sind fertig. Und... Also mit dem Level. Endlich die drei Star-Calls. Zu... Gedauert. Wir sind zwei Spieler. Ja, da ist so ein Spass da hinten. Der hat... Der spielt nämlich mit. Und wir machen dieses Level noch. Das Kasten noch. Und dann sind wir dann fertig. Dann können wir Welt 3 nämlich nachher spätaschen. Obwohl... Was ist Welt 3 eigentlich? Schloss? No comments. Wir sind das. Also, das ist ein Spass. Die sind die Spass. Das ist so ein Spass. Ja. Das ist so ein Spass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und er soll nämlich groß sein. Wüsst du nicht der Propeller? Ach, heller nicht. Hier haben wir die letzte. Tod ist gestorben. Ja, passiert nicht irgendwie einmal mit Mario oder was, oder? Ich bin so dumm jetzt gerade. Und warte. Hör auf die Mama! Da müssen wir, da rein. Da rein müssen wir, zeigt ihr die Tod. Ah, seht mal. Hier, 3, 2, 1. Das Castle können wir noch machen. Oder wisst ihr was, wir machen nach Christum Fall. Über das Schloss müssen wir noch machen. Ich glaube, wenn wir First Try schaffen, dann ist das Video dann vorbei. Als erstes, das ist ein Scrolling Level. Wir müssen ganz oben. Ganz oben, dann ganz unten. Und dann zum Schluss in der Mitte. Oben, es hat nur Mario erkannt. Egal, äh, tot, geh, geh du. Ich hasse Scrolling Level. Wenn wir richtig haben, geht das dann so... Oh, piece it, piece it. Gerade perfekt, wenn der... Ich meine, wenn wir First Try schaffen, ähm, einfach, äh, ohne sterben, meinte ich. Jetzt müssen wir unten, erst dann kommt so ein Geräusch. Das ist falsch. Genau so hat's gemacht. Wir müssen in der Mitte. Da ist es. In die Mitte. Ähm, jemand kam da und stört, keine Ahnung mehr. Ähm, I don't know why. Wir kämpfen hier gegen Roy. Ja, so heißt dieser Kuppel nun, oh man. So, jetzt kann man's sehen. Nein, es machte das, was Wendy in Super Mario World gemacht hat. Ich bin in der Spiel. Auf dem Weg zum Schloss. 2.000 Jahre später. Es sah so... Alles klappt. 3 Uhr 28 Nacht. Yes! Falli! Endlich! Jetzt haben wir's! Nach 2.000 Jahren haben wir's endlich geschafft. Und es ist Mitternacht jetzt gerade. Äh... Alles klar. No comment. Maricloidi schauen zu, wie Peach entführt wird von Boss Junior und die ganze Bose-Familie. Ja, klar. Dafür zeig ich euch im nächsten Part den Secret Exit von Welt 2. 3.000 Jahre später. 2.000 Jahre später. Bei 2.000 Jahre später. Für die Part. So, wir erreichen Welt 3. Es ist an die Schneewelt. Da erwartet auch schon das neue Item, was ihr im ersten Teil gesehen habt. Und das ist der Kuperling Lemmy. Welt 1 Larry. Welt 2 Roy. Welt 3 Lemmy. Welt 4. Darf ich euch nicht verraten. Egal. Das Spiel ist gespeichert. Und so. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lässt den Namen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Und ich sehr vermisst mal. Tschüss! Tschüss!